Hi! Hi! Hiiiiiiiiiiiiiiii Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ok, da ist keiner Hä? Steht doch einer lang oder nicht? Ja, woher ist es nicht? Huuuuh! Er hat sich nicht gewünscht Oh, steh! Husten, was machst du denn? Husten, Husten, Husten Husten, Husten Husten, Husten Husten, Husten Das war nicht meine beste, und du musst nicht zugeben Husten, Husten Stopp Jaaa Don't wanna talk about it Oh my god, das gibt so was von ein Husten-Special Ich muss mir echt für dich die Zeit rausnehmen, dass ich die Ferien mal wieder in Videos mache Husten 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 Der hat immer nur die Angle War doch klar, dass der da wieder an der steht Und er bränt sie auch noch Was war der mit Scoot? Der schreibt grad du, ist so heiß, ey Wo war der? I have my hand And now two guys are already ready One have and have it Fuck, still one have What? Well it almost worked out And what is Oh yeah Oh He has got you Yeah No it's not too late Ah he got it No 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 Oh shit What? Yeah they changed it, you can defuse it Whilst it's until the very end now Zero point zero 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 seconds What the fuck Dude Fuck Oh yeah As long as I should I had to fight I have to fight But it is so weird So Hui I have to fight I got my bottle of wine I got my giving up I got my feeling Now是 Just like anybody else I'm trying to fight And I am eating I am eating I am doing this I am doing this I am using this I am doing this I am using this I am using this We are using this I am using this Die hütten wir halt instan im Headshow... ...her viel vorgefallen. Ah, das sind durchgepumpten! Headshot and free attack. Vor Construction? Nein, ja in Construction, close. Was? Corby, was willst du schon wieder, ne? Jetzt haben wir Scope, um dann vom Head auf die Schulter zu ziehen. Bin. Ah ja, fett. Neh nix. Joppa! Paper. Falsch bägen. Ah, die Falsch. Was ist denn? Fertfalt. Sieht jetzt ziemlich so hart auf die Geist los. Smoke. Ja, wenn da jemand kommt. Was hält der? Da löst. Weiter Geisel. Wow, was ist das denn für ein Aim? War erst nicht down. Er hat 1 OP, 1 OP. Oh lord. Sehr gut. Der rennt am Short rum. Hä? Lecker. Da ist Huse. Da ist Huse. Was? Was war jetzt? What the fuck? Corby, alter. Fuck, ich hab die ganze Zeit auf Mr. Hanky geschossen. Ich dachte, das wäre Huse und der killt mich gleich. Hustler hat das Temperament der Fall. Wahrscheinlich unter dem Spawn, oder? Oh fuck. Ja. Okay. Aber zumindest hat mich nicht der Gegner getötet. Zumindest hat ich die Ehre und hab mich selbst getötet. Hustler, Hustler. Hustler, Hustler. Hustler macht Corby Play. Hustler, du wirst von deinem Vieh wegwecken. Hustler. 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 Chill, Hustler. Willst von deinem Vieh wegwecken? Erst hier oder herkommt? Ja, dann nimm dir den. Will jemand nur aufspielen? Ich kann dir ein M4 geben. Ich kann dir ein M4 geben. Ich kann dir ein M4 geben. Weiter, weiter, dann. Du mein Akkai. Ich lasse sie weiter zurück. Du hast sie wieder zurück. Jetzt wird die M4. Drückt. Die M4, nicht nur die M4. Nein, gib meiner Akkai wieder. Gib mir meiner Akkai Husten. Du hast meine Akkai Husten. Ich werde auch nicht mehr erkennen. Das war ja jetzt hier. Jetzt im Scheiß. Fuck. Das ist ein Schicksal. Oh, das ist ein Schicksal. Letzte 40. Ja, ich dachte, die fliegt anders. Oh, Feuer. Brennst du? Du bist so ein Schicksal. Was willst du denn? Könnt ihr mal das Maul halten? Ja, sorry, dass ich, wenn ich blind bin, kein bisschen von dem Feuer sehe. Das war deine eigene Fliege. Ja, ich weiß. Ich wollte auch, dass sie anders fliegt. Oh, Mann. Ich bin zu mir wieder. Nee, nee, gibst du nicht, Fusel. Doch. Ich muss meine Kasse mit Fliege geben. Kommst du? Nimm doch zu schnell die Op. Ei! Da, gib mir Op. Dann auch was für mich. Ich krieg mich. Oh, was? Fusel, gib ihm die MP7. Gib ihm. Ach so, was? Hä, ich bin für mich. Wer kriegt jetzt was? Da war mein Kiegel. Okay. Warte da, Bronner, du kriegst ein Kiegel. Da, da. Da, da, da hab ich eine. Okay, egal. Da, 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 da. Hey, und von der Kale bekommen. Und ich hab geholt. Hahaha. WT? Ich hab einfach relativ in die Spock reingeschossen. Ich muss die. Hallo. Von hinten. Kurz. Ist der hier noch drauf? Äh, kurz, letzter. Start auf, pass auf. Ah, da ist 2. Ja, das ist 3. Boah, da reingelacht, da reingelacht! Boozle scores! Positive pool of arms, da, come on! Oh fuck, I took that! Long, long! Echt? Ja. Ich hab keinen gehört. Dann ist er vielleicht zurückgegangen, also ich glaub der ist zurückgegangen. Spielsuche verdammt! Spielsuche verdammt! Oh, oh, oh! Sehr gut! Bombe! Du kannst dir die MP holen, wenn du mal aufst. Hat mich. Minus 23. Oh, yes! Boozle scores! Der geht B, das wär mir so richtig booschen steht hier im Yeah! Nein, der geht weh, alter! Fuck. Glaubt ihr kommt? Ja, wie? Ey, ich brauch Hilfe! Ich bin... Locken auf, oder? Ich? Locken auf, oder? Ey, Liga. Okay, das ist ja dein Rein. Fick dich. Du bist ein Arschloch, Corby. Ich mag dich nicht. Das ist ein Scherz! Boah, danke. Noch einer von dauernd. Da ist noch einer! Grill! Nice! Oh, vielmal, Leute! Huh! Yo! Ah, fuck! Komm schon! Ey, es ist doch zu! Ihr seid so... Das bin ich Bro! Also, das ist wirklich die Definition von Bro! Ich hab mir schon gedacht, ich werde jetzt wahrscheinlich gekickt. Meine Kinder! Aber das ist alles auf jeden Fall wert! Tschüss! Herr Huss gekommen, da muss dann ein Eupskill dafür! Ja, ich seh's leider nicht, wo die gekriegt! Ich bin auf meinem Main und der kommt so rein! Alter, was soll denn der Blödsinn? Du Fixer! Ja, Hussle, hättest du mal mehr als drei Frakes gemacht, aber das ist so knapp nicht! Ich sag dir Hallo! Game zu laut, du bist zu leise, oder? Ich sag dir Hallo! 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 Herr Hussle ist in fünf bis zehn Minuten wieder da, was heißt, wir könnten bald schon mal drei Matches spielen, oder so? Ja, wollte ich grad sagen. Hm? Wann waren die fünf Minuten? Wann waren die fünf Minuten? Für welche Zeit? So vor zwanzig? Vor zwei Minuten, tatsächlich. Ich sag fünf bis zehn Minuten ist er wieder da. Ich nehm mal an, der ist schnell, keine Ahnung, er fährt schnell nach München oder sowas mit dem Fahrer oder so und kommt er wieder. Die sind schon immer nett zueinander, ey. Ey, Wahnsinn. Hut kommt halt nie pünktlich, ist genau so wie ich, äh, Hut ist halt noch, ist halt viel zu spät immer dran. Du musst doch ziemlich so viel gießen. Ey, Wahnsinn. Du sagst genau, dass er so pünktlich kommt. Einer fliegt ab. Drecklicher Gordon. Schmuck. Einer Bomber, Jungs. Ja, ich kann die mitnehmen jetzt. Und Mädels? Hm? Bomber Jungs und Mädels. Er ist? Wir haben keine Mädels. Nein, ECO-Ace. Nein, gib ihm meinen ECO-Ace aus. Ich hab ihm nicht Kill gegeben. Ich wollte ihn sogar lassen, Mann. Ich hab ihn aus Reflexen angeschossen, Mann. Warte. Bruder, Gobi, du bist ein Huren, Sohn. Er hätte sich ihn auch töten können, und er ja gar nicht ist. Aber hier, da ist es mal hin. Ich hätte die Brunner sogar gelassen, Mann. Dann bekam ich dir mit dem Rest des Spiels Scouts droppen, Husslein und Bankkack. Nee, Hussle, es ging ja nicht mal drum, dass du ihm das Acing-Cloud hättest, sondern ich wollte nicht, dass der Gegner ein Kill mich droppen. Sechs, ey. Er hat fast nur noch einen Sinn zu geben. Ich seh ihn. Er ist auch voll flasht. Ich brauchte ihn in das Kau. Der Hick auf. Ist Husslein gut? Alter, was denn hier ist? Husslein bitte nicht töten. Ich log vor. Warte, ich log schon mal auf deine End. Boah, Sekten bitte sein und laut ihr Bein auf den. Eine Bein. Heute war gut, 3 kills. Ja, Husslein hat Hatshots. Husslein hat Hatshots. Die Gegner sind richtig scheiße. Das ist ne geile Aussage. Was hast du für mich? Easy round, ich hab gewusst. Vor allem bei Kills. Die Gegner sind richtig scheiße. Ich glaub ich's besser als jemals gehört hab. Siehst du? Er schießt einfach so. Er ist beim Poolautomaten. Er ist beim Poolautomaten. Er kommt hier mit, der hat links. Ja genau. Alter, der ist schon drauf, Alter. Der Schuss war so drauf wie der Husslein bei seinen Hatshots, Mann. Drei Hatshots. Natürlich war der drauf, also bitte. Bitte. Oder Midshotman kommt vielleicht. Midshotman macht glaub ich nicht so viele Teamkörper. Das ist die erste Runde, wo ich nicht Bananen nehm. Ihr habt zu dritt ein bisschen. Was? Wieso stirbt denn ich? Fünfzig. Zwei Banane, einer close. Ich mach das. Die Runde ist weg. Hussle läuft gegen die Säule. Ja die war im Weg, Mann. Normal Crumble-Demos. Stell dir mal vor, Hussle hätte im Realife aus dem Move, Mann. Er läuft einfach gegen die Säule. Ich glaub links wird hier das gleiche als losgehen. Ich will lieber so ne kleine Bank springen durchsies Bein. Top, bitte. Unter dir, den Gegner. Okay. Ah, du Pusch. Das war auch netter Shot, den Husslein da kassiert hat. Äh, Gubi ist gestorben, Target war weg. Das kommt auch in die Compilation. Wer erst an der Säule hängen bleibt, dann läuft er Richtung Mitte. Und kriegt ihm ins Gesicht. Plan safe. Links oder rechts? Reck der nicht, reck der nicht. Ach. 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 Rollplay. Kommen wir nicht. Den einen hast du sogar noch gekriegt. Der andere nur 70. Das war geil, wie du da drauf gesprungen wirst. Geht nicht. Springt einfach nur. Kann man nicht. Ich wollte da die Wand auf das Ding drauf springen. Ja. Aber da hinten fällt nicht aus irgendeinem Grund, der nicht ersichtlich ist. Trost. Wer pusht von hinten rein? Was ist das? Was ist das? Ja, aber ein Pistol. Dieses Nevermind ist halt das geilste. Oh, der war schon nice. Der Forsaken. Easy für Forsaken. Ich glaub, die Gmb museln. Ich versuch' ihn auch zu play. Nope. Geh, die Leute haben auch langsamer hochgekommen. Hochgekommen. Er ist low, B. SHOT! Backside. Das ist aber low. Ja, der... Woah! Wo ist Kitchen? Ah, nein. Kitchen. I'm playing. I'm playing. Playing. Playtime. Gart so. Da kriegtest du ein Watt. Wo? Wo? Keine Ahnung. Kitchen. Hat nachgeladen. Ei! Ei! Sieben Schuss. Easy, wow. Vier. Oh mein Gott, du bist geil. Nimm die Arme. Da liegt irgendwo aber, ja. Oh, das war fehl. Ja, ist aber nichts. Achso, Raleo. Gut, dass du das sagst. Ich halt' ja nur Boost. Ich weiß schon, ich hab' nicht mehr gehalten bis gerade. LOL! Die war doch Spoke! Die Gegner haben müssen was von uns machen. Hahahaha! Onspot! Nalfin! Eigentlich könnte man ja auch ne Hostage-Map draus machen, ne? Hahahaha! Der Spitter fliegt hier so, hinter ihm her! Hahahaha! Das so. Ohhhh! Nein, du hast doch gar Zeit, ey! Oh mein Gott! Ja, der, der war sick, Alter. So fucking cheating. Full Credits to me, my- to you, my friend. Nice work. Oh, du hast mich weggesmokt. Ja, sorry. Jetzt musst du warten bis der Smoke weggesessen können. Ah, fuck! Der bottert dich. Ja, I want you to move. W- 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 why is der- Get away, get away, go away. Go main, go main. Yeah, yeah, yeah. Bad dog. Hahahaha! Hahahaha! Oh, Clift. Why you not stay with me and try, go fuck. Man, what the fuck. Der bleibt jetzt schon. Okay, pass auf, ich dir das No-Scope. Stopp. Ich weiß nicht, ey. Stopp, stopp. Boah, der war knapp, Alter. Hahahaha! War das No-Scope? Fuck! Alter, wo viele Leute waren! Be fucking lächerlich! Echt? Was ist das denn? Haha! War das echt No-Scope? Ja! Wahnsinn. Weil er Platz wieder Crosslayer. Ah, die Brahms raus. Und ich will mit dir zelten, Alter. Just go fucking kill, man. Team fight no help. Hahahaha! 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 Du bist ein Biest, Brunner, du bist ein Biest. Brunner ist einfach... Sie hatten gar kein Brunner.